Was? 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 Äh... Was? Gefällt mir? Welcome to Boogolfing! Oh, ich hasse das, wenn dann irgendwie 300 Stunden Intro sind. Ja. Oh, halt, das ist andere Schwerkraft. Spielen wir jetzt Interstellar das Game, oder was? Bei Smee. Okay, Smee. Das ist bestimmt der Anfang von Space Jam 2. Oh. Lol. Da ist ne Deutschlandflagge. Ne, ich mein das Raumschiff. Nice! Oh, Lizzy, das war knapp. Oh, ich hab R gedrückt, ich muss jetzt die ganze Scheiße nochmal machen. Nein! Das ganze Ding erlebe ich jetzt nochmal, aber es geht schneller. Aber schneller! Schneller, ja. Ach, Leute. Na, Theo, das ist mir auch passiert. Nein! Du, ich halt F, F ist besser. Du kannst auch, wenn du schon R gedrückt hast, kannst du F drücken. Oder andersrum geht's auch. Ah! So, jetzt... Oh, Mann! Kann nicht wahr sein. Versuch's einfach normal. Nein! Jetzt sind wir ohne Springen gebaut worden. Nein! Nein! Sprich! Sprich für dich selbst! Wie kann das denn sein, dass ich so oft einfach... Stopp! Alter! Mondschwerkraft! 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 Mist! Oh, lol! Man muss da rein! Nein! Er hätte fast einen Hole-in-One gemacht, dann habe ich in die falsche Richtung geschlagen. Oh, ich bin zu langsam gesprungen. Ich habe mich mal da drüben hin, dann kann ich, äh... So. Ah, nee, es war zu leicht. Hä? Ich habe F gedrückt, warum lande ich dann beim Spawn? Ach, Mann. Hurensohn. Äh, Tomate! Ich habe eine falsche Reihenfolge, aber gut. Oh, ja. Das ist kommutativ. Ach, so. Kannste aufteilen. Ciao, Münker. Oh, Gott, das war viel zu hart. Oh, Christ. Mal nicht einfach! Hä, als... War das schon das Ziel, okay. Meine Nervaste funktioniert manchmal einfach nicht. Mhm. Als ob. Irgendwas ist gerade nicht richtig. Oh, eine Matrix im Hintergrund. Hä? Ähm. Da brennt's. Oh, das war zu hart. Münker. Oh mein Gott, ist das egal? Nee, ist das nicht egal. Oh. Ach, da... Ach, in die Richtung geht's. Ach so. Warum brennt das? Weil du so heiß bist. Oh. Ja. Hier, das Geräusch sehe ich gleich. Buki, hast du das in zwei Pin bekommen? Jo. Oh, Leute, Astra Radner ist so lecker einfach. Astra. Oh, Chris. Danke, Buki. Hi. Tschüss, Buki. Tschüss, Buki. Ich seh dich runterrollen. Schau, Buki. Ich hasse dich, Chris. Schau, Buki. Ich war so nah dran, hole in one zu machen. Ey. Okay, jetzt nicht mehr. Aber... Danke, Buki. Jawoll! Gruppenkuscheln. Gangbang. Ja, Gangbang. Alter, ein Loch. Ich hab doch den Punktverstand kurz an. Buki, wenn du nicht geschlagen wären wir zu dritt bei 20 gewesen. Ach, Buki. Burkhard. Was soll das? Burkhard? Oh, das ist das falsche Loch. Ich wär fast... Gibt's auch Burgweich? Ja, wenn er halt nicht mehr... Also wenn er fertig ist, ne? Dann ist er weich. Oh, das war ein 2. Swing! Mücker will in den 2. Stock. Jit! Autsch. Hallo, Buki. Nein, 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 nein. Oh Gott, schaut euch an, wo ich bin. Schaut hoch, schaut euch an, wo ich bin. Da oben? Oh. Oh, kurz vor dem Unterfallen. Oh, kurz vor dem Unterfallen. Ist doch gut, oder? Weil, wenn du drunter fällst, bist du doch raus, oder? Ja, das ist doch Glück. Oh, danke, Theo! Bitte, Mücker. Ich hab grad überlegt, ob ich mich vorbekehre. Theo, das hab ich gesehen. Hä? Ist zu hoch. Ja, ich bin nicht mehr letzter. Toll. Boah, diese erste Runde, ne? Freut mich für dich. Einfach 10 Strokes gebracht. Danke. Danke, danke. Okay. Ab durch die Mitte. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Oh, da ist ein Loch in der Mitte. Loch, hüpfen, hüpfen, hüpfen. Hüpfen! Nein! Man kann nicht hüpfen aufs Eis. Einfach alle. Man kann doch nicht hüpfen. Nein! Doch, man kann hüpfen. Man muss aber irgendwie... Man kann nicht hochhüpfen. So, nö. Nee, das geht nicht. Okay. Na komm, na komm, na komm. Nein, 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 nein. Oh, Lizzie! Komm, 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 komm! Komm, na komm. Das kann nicht wahr sein. Das war doch Absicht, oder? Oh, ich hab's geschafft. Jops, geschafft. Du hast es geschafft, nice. Wie, wie, wie? Das war's klappt. See you later! Oh, das war zu weit. Wollen wir kurz. Ich probier mal was. Komm. So vielleicht. Jawoll! Ja, so hab ich's auch gemacht. Oh! Tschau! Das war zu fest. So... Eh! Oh, Buki! Mönke! Du musst dich nachher noch einloggen und in Minecraft einloggen und die Glückspinze. Das war geablegt. Oh. Okay. Aber hat keine Eile. Oh, danke. Aber hat keine Eile. Nein! Nein! Okay, soll ich den Schubser geben? Okay. Oh, danke! Ah! Null-Sum-Spiel einfach. Ja. Boah! Das war ein Trickshot. Oh, das war ein Trickshot. Oh! Oh, das war ein Trickshot. Oh! Oh! ist das da hinten das sind böse berge was zum fick wo bin ich oh man sieht einfach nix an der kanone was macht das spiel was zerstört ja was cool warum ist das spiel gemein zu realisieren ganz am ende bei diesem trichter bin ich nach dem richter am rand stecken geblieben man muss ja noch was schlagen was machst du okay was machst du du warst richtig du warst im raumschiff du warst schon in der kanone das ist schon echt cool also der hat sich richtig viel mühe gegeben oder vielleicht waren es mehrere hätte ja knappen können das ist ja krass oh das war dumm schon besser warum haut der manchmal so richtig hart obwohl ich einfach nur ganz wenig schwung nehme es geht nicht um den schwung sondern um die geschwindigkeit mit der du dran schlägst ja also das meine ich ja so quasi die mausgeschwindigkeit ich habe heute eine neue maus gekriegt von razer immer schön füttern bist du da ja sorry sorry ich habe nicht gewusst dass es weiter geht ist noch 50 sekunden oh ähm das kriegt man bestimmt auch auf einmal hin oder wenn du es so kannst du es theoretisch auf die andere seite schaffen und dann über die rampe meine verfickte lehrtaste also ich brauche wieder eine neue taste durchs kotze kann aber bestimmt die key bindings ändern oder weiß ich nicht die lehrtaste springt hier in dem spiel manchmal nicht an irgendwie kann man das ändern können 20 sekunden controls ja das kann man ändern oder halt hinzufügen Was ist das für ein Geräusch? Ja, fast. Wobei... Du bist aus der Zeit gerannt. Du bist aus der Zeit gerannt. Ab durch die Mitte. Das Hinter ist das Falsche, das sehe ich gerade. Was ist das... Das Hinter ist doch das Richtige? Nee, das Hinter ist das Falsche. Ja, das Hinteste ist das Beste. Allerdings zum Falschen. Genau, Münker. Ach. Oh, das war dumm von mir. Nee, das machen wir nicht nochmal. Och Mann, kann ich wahr sein? Ja, Chris, guck mal, ich habe das letzte Loch genommen. Oh. Ach, man rollt dann da durch. Ich dachte, man ist dann gefangen und muss neu starten. Okay. Oh yeah. Ja. Äh, okay. Äh, okay. Hä? Äh, sind cool. Okay, es scheint egal zu sein, was man nimmt. Ja. Hallo. Hi. Hi. Ich hab zu schwach geschlagen. Adieu. Hallo. Oh, danke. Wie sind wir da hin? Wie sind wir da hin? Fuck. Oh. War zu fest. Hiiii. Albatross. Nice. Oh, fast. Oh. Das war doof. Sag mal. Theo, willst du zuerst? Okay. Nice. Oh Mann. Ich hab jetzt einfach in zwei Schlägen geschafft. Was soll das? Oh. Hi Theo. Hi. In welchem Loch bin ich jetzt gelandet? Im richtigen. Es gibt nur das Richtige. Oh, man kann da nicht hoch. Man muss an der Seite hoch. Okay. Hat hier du zuerst. Oh, Liz. Nein, schon wieder. Oh, so knapp. Wie gemein. Hi Theo. Moin. Porf. Igel. Ich hab einen Igel gekriegt. 50 times better than far. Das heißt Igel? Ich hab Albert Ross. Albert Ross. Ich hab eine Krankheit. Ich hab Albert Ross. Oh mein Gott. Oh, fast hole in one. Wie gemein. Das war jetzt der zweite Schlag. Bei mir. Oh. Come on. Come on. Das ist die Rache, Lizzie. Das war immer nicht mal Absicht. Ich glaub, da werde ich nicht mehr. Wohin fliegt denn Theo? Hallo. Hallo Theo. Hallo Theo. Kannst du mich reinschlagen, bitte? Weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Aber ich kann's versuchen. Herr Münker ist dritter. Der muss nicht von dir reingeschlagen werden. Mach nochmal. Versuch's nochmal. Du musst Münker ins Loch helfen. Ja Theo, hilf mir ins Loch. Er kann das nicht. Er ist zu alt. Er kann das nicht mehr. Flipper. Dung, dung, dung. In welches Universen bist du geflogen? Was? Ich muss von neu anfangen? Hä? Ja, du hast da deinen Schlag gemacht. Den einzigen. Obf. Da gibt's keine F-Position. Ich kotze. Es gibt bestimmt eine Errungenschaft mit null Schlägen in ein Loch, oder? Das geht glaube ich gar nicht. Nee, du musst deinen ersten Schlag gemacht haben, bevor du ne Hitbox kriegst. Stimmt. Scheiße. Oh, das war einfach zu schwach. Wow. Hallo Mr. Planke. Oh. Oh Mann. Krass, Parkour hier. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe mich resettet. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das war klar. Das ist schon besser. Oh, das war dumm. Oh. Am Ende nochmal hüpfen, das war nicht so gut von mir. Oh, Chris, kannst du mich reinschlagen? Vergiss es, warum sollte ich das tun? Du bist, du bist 4. Oh. Ey, was war das denn? Das war das dümmste ever. Und das war zusammen. Und jetzt bin ich raus? Ja, 14 Schläge, Max. Erst Max. 102 Schläge und erst beim 17. Das ist heftig. Okay. Wo muss man hin? Auf der anderen Seite. Hey, du kannst einfach rüberhüpfen. Versuch mal einfach rüber zu hüpfen. Ja, so einfach ist das nicht. Warum soll ich das tun? Aua. 30. Echt, das ist jetzt zwar nicht geplant, aber... Oh mein Gott, ich wäre fast... Alter. Theo. Ach, Mann. Was passiert in dem ersten noch? Kinder. Äh, Instant Toad. Uh. Das war nice, Theo. Trickshot. Das ist noch in der Mitte, ne? Aber keiner drüber, ja. Ja, ich hab's geschafft! Oh, nice. Hast du wohl Hole-in-One gemacht? Conda, Conda, Hole-in-One. Brinkadam, das ist aus dem zweiten Platz geschafft. Ja, Mann. Eberhold. Buki, verkack mal bitte sechsmal. Mano. Äh... New Head Undocked. Ich hab ne Spinne freigeschaltet. Ich hab Epic Mage Head, Brown. Die Map like ich, die war cool. Die füg ich auch hinzu, Mario und Stern.